Servus meine Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute erkläre ich euch, wie man die Gasmaske anhaben kann ohne das komische Outfit. Finde ich richtig nice. Mich wird es mir erfreuen. Lasst bitte einen Daumen nach oben meine Freunde. Wenn aber was falsch gesagt worden ist, schreibt es bitte in die Kommentare meine Freunde, so würde ich mich verbessern. Der erste Schritt ist ganz einfach. Ihr müsst euch ihr eigenes Outfit einfach nur speichern. Das heißt, schreibt zum Beispiel Straßenklamotten rein oder egal was. Wenn ihr das gekauft habt, ist es sehr wichtig, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr auf jeden Fall noch das Raubüberfall Offerworlds kaufen. Das heißt, kauft euch einfach eine Farbe. Rot, Blau oder Grün, irgendwelche Farben, es gibt keine Ahnung. Ich habe mir zum Beispiel die Farbe Gelb gekauft und sehr wichtig ist einfach, ihr müsst es bitte auch speichern. Schreibt zum Beispiel Maske rein. Nachdem geht ihr zu diesen Location. Kauft euch jetzt eine Cola und macht bitte gar nichts. Lasst ihn ganz gechillt, wie in echtem Leben die Cola trinken. So, einmal ist die Mütze unten und hat die Gasmaske an. Jetzt drückt ihr einfach das iPad, geht auf Accessoire und geht zum Beispiel auf Straßenklamotten. So, nachdem geht ihr wieder auf die Maske drauf und kauft euch wieder eine Cola. Jetzt müsst ihr etwas schnell sein. Wenn ihr gerade Cola hochnehmen und gerade trinkt, drückt schnell wieder iPad und das Pad, geht schnell auf Outfit, so auf Accessoire, Outfit und auf Straßenklamotten. Man sieht, er hat die Maske auf ohne das komische Outfit, auf jeden Fall richtig nice. Wenn ihr es wieder nicht richtig gut verstanden habt, bitte schreibt es in den Kommentaren oder schaut das Video nochmal bitte richtig an. Ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal, meine Freunde. Lasst bitte einen Daumen nach oben und Peace out. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.